Jetzt Frank Ribery. Mali. Steffen. Süley ist da. Pass von Robben. Der Reingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Goretzka. Da kann er ihn stoppen. Steffen. Schwache Aktion, Ballverlust. Süley. Und Alaba. Auf der Position als Sechsverteidiger gibt es eigentlich keinen besseren als David Alaba, oder? Also auf jeden Fall. Robben. Gut gemacht. Den Ball hat der Torwart sicher. Jetzt nochmal die Bayern. Ja, das war so wichtig. Dieser Ball hätte richtig gefährlich werden können. Souverän gemacht und das war gar nicht so einfach. Ribery. Nun Hummels am Ball. Und den Schuss blockt der Abwehrspieler. Camacho. Wir müssen aufpassen. Robben. Das muss er besser lösen. Müsste Gelb geben. Und die Aktion musste der Unparteiischer ahnen. Gelb also gegen Wolfsburg. Vertretbare Entscheidung. So, er wird den Ball reinbringen. Und was kann daraus entstehen? Die Chance jetzt. Gebt Ecke. Robben bringt sie rein. Robben mit der Ecke. Robben. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Also, da schauen wir nochmal ganz genau hin bei diesem Tor. Toller Treffer, da kann die Ecke perfekt rein. Jetzt steht es 2 zu 0. Das dürfte ihnen Ruhe geben. Mali. Drei Minuten Nachspielzeit wird es hier geben. Franck Ribery. Wolfsburg kommt über den Flügel. Camacho. Und damit ist der Ball weg. Gut aufgepasst und geklärt hier von David Alaba. Das sah gut aus bis hierhin, aber jetzt haben sie den Ball verloren. Gute erste Hälfte. Das Spiel läuft wieder. Bayern vorne. Mal sehen, wie es weiter geht. Ribery. Alaba. Guter aufgepasst. Die Flanke wurde abgeblockt. Fängt diesen Ball ab. Lewandowski. Da hat er Platz. Hier ist die Flanke. Freistoß. Und der hat er auch schon gelb. Da muss er doch besser aufpassen. Und damit hat er Feierabend. Zweite Gelbe. Gelb-Rot. Ja, da hätte er sich einfach mehr zurückhalten müssen, Wolf. Er wusste doch, dass er sich nichts mehr erlauben darf. Der Ball erstmal raus. Gut gemacht. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Ball draußen. Das gibt jetzt Eckball. Ecke kommt von Kimmich. Super Aktion. Gut geklärt. Der geht nicht rein. Jetzt vielleicht. Wie siehst du die Leistung von Lewandowski bislang in diesem Spiel? Ein Tor konnte er ja schon machen. Guter Auftritt bisher. Daran wird er anknüpfen wollen. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Gutes Zuspiel. Jetzt kommt der Schuss. Eckball gegen die Bayern. Neuer Heldlin. Klasse gemacht. Da kommt die Ecke. Er zieht ab. Gut gedacht, aber dann geht der Ball doch ziemlich daneben. Fahrlässig vergeben die Chance. Die Ecke kam, aber der Abschuss war nicht gut. Hummels. Jetzt die Bayern im Angriff. Flanke jetzt. Das wäre gefährlich geworden, aber er blockt ihn ab. Sie bekommen den Einwurf. Guretzka. Guretzka. Riesenchance für Lewandowski. Klasse gemacht. Stark geblockt. Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Er überzeugt heute als Passgeber. Müller. Müller. Robben. Da trennt er ihn vom Ball. Maximilian Arnold. Kimmich. Jetzt Arjen Robben. Camacho. Robustillon. Schwache Aktion, Ballverlust. Robben zieht ab. Da kommt er nicht richtig hinter den Ball und dann ist er leicht abzuwerfen. Ribery. Klasse Steipers von Ribery. Robben. Da hätten sie die Führung ausbauen können. Es tut sich was an der Seitenlinie. Bayern bringt einen neuen Spieler. Richtig. Mats Hummels verlässt den Platz und Jerome Boateng kommt rein. Er soll für Ruhe sorgen. Camacho. Mimedi. Fängt diesen Ball ab. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Und Ribery. Flanke jetzt von Ribery. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Ribery. Da haben sie Platz. Jetzt vielleicht der Konter. Seine Pässe kommen heute richtig gut an. David Alaba am Ball. Ribery. Da ärgern sie sich. Ballverlust. Zieht nicht ungefähr. Guter Pass. Sehr gut. Und jetzt der Schuss. Gibt Eckstoß für Wolfsburg. Die Ecke kommt rein. Keeper geht auf Nummer sicher. Faustet diese Ecke erstmal weg. Da hat er Platz. Jetzt die Flanke. Sie suchen das Loch in der Abwehr. Und das ist ein Ball für einen Torhüter. Gar kein Problem. Ja, könnte gefährlich werden jetzt. Guck mal. Er zieht ab. Der geht nicht rein. Jetzt vielleicht. Robin. Jetzt Robin mit dem Schuss. Und jetzt Lewandowski. Gute Möglichkeit. Aber abgetüften. Die Fahne ist oben. Süley ist da. Jetzt Thomas Müller. Müller. Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. Wahnsinn. Was für ein Tor. Per Fallrückzieher. Und das ist natürlich Weltklasse. Wie er diesen Treffer hier per Fallrückzieher macht. Ich bin hin und weg. Ein Traumtor. So, jetzt können wir uns den Treffer nochmal genauer anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Sie dominieren die Partie nach Belieben. Und das drückt sich mittlerweile auch im Spielstand aus. Und Camacho. Mimedi. Sehr guter Einsatz. Er spielt den Pass auf den Flügel. Und die letzten zehn Minuten sind hier angebrochen. Lovostillon. Gert gut dazwischen. Weg ist der Ball. Lewandowski. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Lovostillon. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Schöner Steilpass. Komm mal. Der Ball soll jetzt zu Robert Lewandowski. Wenn so ein Volley reingeht, steht das Stadion im Kopf. Aber wenn dann so ein Ding dabei rumkommt, dann ist es eher frustriert. Sechs Minuten haben wir hier noch. Robin Knoche. Malik. Knapp abseits, aber das wäre auch nicht wirklich gefährlich geworden. Komfortable Führung für die Bayern nach wie vor. Gute Vorstellung des Rekordmeisters. Super Pass jetzt. Klasse Zuspiel. Wolfsburg kommt über den Flügel. Muss Abschluss geben. Gebt auch Abschluss. Schwache Aktion. Müller am Ball. Kimmich. Robben. Boateng. Die Wölfe erobern sich den Ball zurück. Toller Pass. Admir Mehmedi. Mehmedi. Gleich bringt er die Ecke rein. Jetzt kommt er hier. Geht er rein. Rodriguez. Schönes Pressing jetzt. Permes mit dem Fehlpass. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Da geht Alaba stark dazwischen. So. Chance zur Führung. Müller. Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel.